1920er-Jahr, 40 Millionen Euro Rekordbudget. Volker Bruch gewinnt für seine großartige Leistung heute die goldene Kamera. Wow, da geht ja gut los der Abend, das ist herrlich. Vielen Dank, ich habe mich zu bedanken bei den drei Drehbuchautoren und Regisseuren, Henk, Tom, Achim, ihr seid wahnsinnig, ich liebe euch. Das war ein unglaubliches Jahr, was wir zusammen verbringen durften, mit einem Wahnsinns-Team, was ihr zusammen getrommelt habt. Ich werde einen Teufel tun, jetzt einzelne Namen aufzuzählen, das waren fast 600 Leute, aber wir hatten viel Spaß. Katja Siegert muss ich noch erwähnen, das ist meine bezaubernde Agentin, die mich seit zwölf Jahren begleitet in diesem seltsamen Beruf. Übrigens auch die Agentin von Edin und Oliver. Das heißt, ich bringe das Ding jetzt nach Hause, Jungs. Und ja, ich bedanke mich herzlich, ich würde sagen, gestoßen alle darauf an. Kommt doch bitte alle gestern ins Kudamkarree, das ist die Off-Berlinale und da feiern wir das Ganze ein bisschen dann. Tschüss. Applaus 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 Applaus